Hast du Treiber installiert? Ich kann auch nicht mehr joinen jetzt hier Links, Sniper, links, Sniper, links Natt Ich habe jetzt einen neuen Treiber installiert Achso Genau, jetzt gucken wir mal Aber das passt Es ist eigentlich viel Arbeit Ich habe leider wenig Lust Schön gepennt eben mit dem Zug Ach du bist mit dem Zug gefahren Ja Erste Klasse geht Machen Und wie war es auf der CeBIT? Total beschissen So wie jedes Mal Ich wollte es fragen, eigentlich ist es immer gleich, oder? Lass ihn warten, Heiner Was soll man denn überhaupt hier mitmachen? Ich glaube nur markieren, oder? So ein Quatsch Und hier kann es auch markieren Meine Mitteilung Kann ich hier irgendwie aus dem Menü da rein? Gibt es hier so ein Menü Shift F2 Genau, und danach joinen halt Viel teilnehmen Das sieht besser aus Das sieht besser aus Wo bist du denn? Du stehst von mir als Erkunder Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Das kennen kann nur von Slee Wenn das nicht unterstützt wird Ingame, mach mal Option ingame Und dann voicet es erstmal hier Voicet Chat aus Können wir schon mal einsammeln, oder? Ja Dann müsste er den Punkt auch kriegen Ich weiß nicht wo er ist Ich sehe ihn nicht Jetzt fragt nichts von uns, 100 Meter Ja dann geht's Dann kann man uns richten Ja Super So So Mal was Wie hast'n du das jetzt markiert? Von hier vorne hast du die ganze Zeit gesagt Ja wie? Von hier mit E? Von hier mit E Ach da, okay Hier ist diese komische Sonde Und da kannst du das anmachen Okay Da flieg ich schon mal hin Da kann ja per schnellreisiger nachkommen Hier vorne gibt's noch einen Fertigkeitspunkt Oder drei Stück so Weil's Nix anderes in der Nähe ist Hm Diese Vögel da, die sind aber lebensmüde, wa? Hm Und laut Und laut Senators Wives in Washington tried to make it illegal Hey, look Narco Corritos are getting banned in Mexico I'm not saying Corritos should be illegal I'm just saying they suck I think you suck Was machst du? Jochen aufs Saal Ne, hier ist nur ein Waffenteil Ich gehe schon wieder raus Das bringt hier nichts Ich muss irgendwie mal ein bisschen rumspielen hier, bis das funktioniert Äh Also nicht auf mich warten hier, das dauert irgendwie zu lange Ähm, ich werde hier hart angeballert Achso, ne das war nur die Landung, die so unglämpflich war Und das hart am Ballern ist auch dabei Was für ne Waffenteil Ach, jetzt hab ich auch was da Ich glaub nichts verstehen Ich hab nichts verstehen Ich hab das schon Ach, dann ist nur T1 Ich hab das teilweise aus unterschiedlichen Orten Okay Wo ist der Helikopter hin? Der abgeschossen? Wir sind zu Wasser oben Oh Muss man mit dem Zeus fahren All right, I'll drive Oh oh Der Zeug Stopp, 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 wir haben das vergessen Stimmt Ich hätte nochmal Bock auf so ne Verfolgungsjagd Die war gut Mit dem rausballern Mhm Das können wir eigentlich machen Mit dem, äh Konvoi meinste Ja Mhm Wo? Da hast du, äh, auch ne Warte, stopp Man sollte immer gucken, bevor man rückwärts fährt, ne? Wir haben nichts im Rückspiegel gesehen Jaja Fuck took you so long Jetzt eskaliert er Eskaliert Jetzt fährt er wieder platt Dann lag ich mich tot Was sagt der denn jetzt hier? Immer noch Ghost Raccoon Scheiss oder was? Mhm, Ghost Raccoon, genau Ghost Raccoon Was ist das? Was spielt der denn da? Wildlands Du kannst da gucken, kannst da gucken bei uns, ob das spielen Ich steh doch in dem Channel Ghost Raccoon, meine Fresse Ja, Ghost Raccoon, genau Geisterwaschbär Ja stimmt jetzt Bei Ost Ghost Raccoon Was ist das? Fand er nicht lustig oder wie? Fand er nicht The Ghost Raccoon Ghost Raccoon City Was ist das mit dem anderen da unten? Ah ja Die anderen fertig? Fand er nicht? Oder ist er wieder abgehauen? Ist er wieder abgehauen? Ist er wieder abgehauen? Oh je, wir werden so sterben Wir haben doch ein Jeep, ist doch Offroad Ist doch gut Das ist ja Zeu, ist das kein Problem Ich guck mal das Video hier an Müssen wir Bescheid sagen, wenn es Action gibt Video, wo sieht man das denn noch? Ähm, und dann mittlere Maus Auch mittlere Maus funktioniert bei mir ja nicht Oh oh Kein Problem, der kann das Und der rollt sich nachher automatisch auf eine andere Seite, oder? Ist er? Ja Zufligerweise kommt da Ein kleiner Windstoß Und rettet uns Hier sind ein paar Edemys auch, ne? Wir wissen jetzt was El Cheater sollten, um Moral zu verbreiten und die gute Worte verbreiten Aus dem Teamspeak auch Nutt, da muss der Nutt verdauen, weil das nicht das Nutt Problem Ja, ich glaube er hatte eher Grafikproblem, ne? Grafikproblem, ja Er hat das auch gehabt Können wir mal aussteigen Kinders, wir müssen mal kämpfen Ich hab einen Drive-By mäßig aber umgenutzt, das war ganz geil Ich steig dann mal aus Ach so Ja mach mal ruhig, wir kämpfen ja schon Gut, mach mal Wir haben schon mal den Weg frei gemacht Super Swat Einer ist hier noch, ne? Ja Wollen wir erstmal looten Ja genau Richtig Ich will looten, ich will das looten Zu spät Ja toll Ab dann? Ja Ne Zwei Fertigkeitspunkte Wo, 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 wo? Da, hier, da, 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 daaa Skills, was nehm ich bei Skills denn Hm, hier ist aber wieder Ein bisschen Hier ist ne Höhle, soll man da nicht mal ein bisschen Rabatz drin machen Vielleicht Ja, kommt dann raus Ja, den hab ich aber schon rasiert Rasiert Wahrscheinlich war es ein Hurenschmuck Ja Das glaub ich allerdings auch Hallo User Hallo User Hallo, guten Tag Hallo Ist das was drauf steht auch drin Ja Na gut Oh, hier rechts konnte man was Du hast ja eben schon vorgespielt Hm Busbewältigung, ne Habt ihr an einem geschrieben, da hat er nicht reagiert Ne, hab ich auch nicht gesehen Hier gab's ein bisschen, hier gibt's ein bisschen Munition Hier ist was, aber hier ist super dunkel Oh fuck, oh fuck, oh fuck, jetzt ist hell Unbindungsfeuer Hallo Hallo, hallo Hallo, hallo Hallo, hallo Hallo Ich bin hier im anderen Tunnel Na, da geh ich mal gucken, was die anderen so treiben Oh, hier ist was los bei mir im Tunnel Ja Ich hab ja einen freigelassen Ah, ne, da ist oberhalb Okay, es ist chillig Wie komm ich denn da oben hin? Achso Die Treppe hoch Links da unten oder da? Oh doch, hier ist das Hornissen-Nest Wow Was ist der da? Ich bin rechts gelaufen in dem Tunnel irgendwie Na, wir sind links Ja, und ich lass hier alles weg Ich dachte, man trifft sich vielleicht irgendwie eh dann, ne? Da hinten geht's weiter Da hinten geht's weiter, hier hinten geht's weiter Hier hinten geht's weiter, hier hinten geht's weiter Hier hinten geht's weiter Geht's da hinten weiter? Hier hinten geht's weiter Das sind wir noch lange gekommen Nee Wir sind in den Berg hochgelaufen Nee, war super dunkel Dann hieß hell Und es geht ja weiter runter, vor allem Müsste wieder hochgehen Weißt du? Ihr seid da hinten? Okay Wir suchen grad den Brain Bug Ja Ich hab hier so'n Generator, den mach ich mal aus Wir sind richtig gelaufen, du bist falsch Achso Ja, danke, jetzt Licht ausgegangen Oh Aber hier waren wir noch eben schon Ah, Robins, drück mal ein Ja, ich weiß Ich lauf da mit der Boah, da schießt ein Helikopter auf mich Ist aber extrem uncool hier Oh, 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 oh Dieb von der Fangemeinde schießt zurück Wie geht's weiter? Na gut, dann komm ich mal wieder, ne? Ich hab hier mal das Licht ausgemacht Hab ich mir gedacht, das wäre eine gute Idee gewesen Hier ist wieder, hier ist wieder Licht Hier geht's noch weiter runter Wir sind ganz unten jetzt Oh Mann, oh Mann, oh Mann Nicht so'n Spaß gemacht hier Bist du schon Ted? Na, die sind beide tot Ja, jetzt ist ein Helikopter Was soll ich denn da machen? Hä, wir müssen so lange laufen Ja, weiter runter Das gleiche nochmal wie eben Das geht hier raus Ich komm mal raus, ja Aber ich, ähm, weiter runter gehen Da ist ähnlich strukturiert wie das Ding eben Hier ist irgendein Typ Wo ist der denn? Ich muss den umbringen Oh, da ist der Traffic schon gut Wo liegt der denn jetzt? Hier rechts liegt der, hm? Ach, du bist Ach, ganz weit weg Auf der anderen Seite des Tunnels irgendwie Ja, du bist nicht da abgebogen, wo wir abgebogen sind Du bist irgendwie ganz woanders Wenn du dich jetzt wiederbelebst Kannst du das schon, ja, ne? Wählen sie einen Kameraden, bei dem sie joinen möchten Das hab ich jetzt gemacht, aber es passiert nichts Mach mal Flo zieh, hat dauert ein bissl Du musst quasi mit der Maus drauf gucken und dann klicken Ah, du musst länger drauf drücken Genau Ja Drei Dingens hier Die Pischen Wolle ähnlich aus Also ich bin draußen wieder, aber Heute habe ich alles bekommen Hier ist nichts mehr dran Nö Wüsste jetzt auch nicht Dann passt ja Da wären wir jetzt über Kisten Da reicht es, ist ein Heli, da unten Da ist auch ein Dings hier Warte, ich bin nicht richtig gesessen Hier, der, ja Kommt ihr da auch mal wieder raus aus dem Loch Oder seid ihr schon raus? Wir sind schon lange draußen Ich denke, ja Ich denke, ja Ich denke, ja Ich denke, ja